Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschung-Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschung-Show bei Pearl TV. Sie wissen schon, jetzt wissen Sie schnell sein, denn die 5-Euro-Überraschung-Show beginnt. Und Sie sehen, wir haben richtig gute Laune hier bei Pearl TV. Denn das ist so die Schnäppchen-Jagd-Zeit. Wir haben immer tolle TV-Sonderpreise, aber gerade in der 5-Euro-Überraschung-Show, da haben wir einen richtig guten Preis. Die Kathi tritt mich hier unter dem Tisch. Das war so, ich wollte dich mal anstutzen. Ich wollte dich mal anstutzen, ne. Warum ging es denn dann? Ne, einfach mal so, um dich mal anzustutzen. Wolltest du meine Nähe? Ja, ich such deine Nähe. Na, liebe Zuschauer, jetzt müssen Sie schnell sein. Es musste mir sein, warum nämlich angestutzt worden ist bis jetzt. Ja, okay, wir legen los für Sie. Schnäppchen-Jagd kann beginnen, Buzzer ist da. Kathi, bitte schön, Ladies first an dieser Stelle. So, erstes Produkt für Sie, Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen. Wir haben tolle Sachen aus allen Produktbereichen, liebe Zuschauer. Und da kommt's. Ja, wir haben einen Trinkbecher, aber nicht irgendeinen, sondern der ist selbstrührend. Und 450 Milliliter gehen da rein. Das Ganze BPA-frei, das ist ja immer ganz wichtig. Und da kannst du deine Lieblingsgetränke auf Knopfdruck frisch durchquirlen lassen. Alles mixen, was du möchtest. Zum Beispiel einen leckeren Cocktail, ein schönes Eiweiß-Shake. Gerade diese Milch-Mixgetränke, die kannst du da perfekt durchrühren lassen. Durch diesen fantastischen Quirl, der hier unten dann direkt mit eingearbeitet ist. Und kannst das halt auch toll mitnehmen, weil das halt hier diesen fantastischen Verschluss im oberen Teil hat. Sodass du das dann auch unterwegs immer mitnehmen kannst, trinken kannst. Und ja, das ist eine super Sache. Ja, also Diana und ich werden uns auf jeden Fall nach der 5-Euro-Überraschung-Show direkt an den Hörer setzen. Für Protein-Shakes zum Beispiel kann man das nämlich auch super nutzen. Da gibt man dann das Pulver einmal rein und kann das super einfach einmal vermischen. Sie sehen das, vor allem wie effektiv das ist. Zudem sieht die richtig, richtig gut aus. Und ich hab jetzt mal ein bisschen Zucker dazugegeben. Das ist ja der Hammer. Das ist richtig gut, ne? Es gibt ja mittlerweile viele, die zum Beispiel da so Protein-Shakes zum Beispiel trinken, wie du gesagt hast. Oder dann auch so Diät-Shakes zu sich nehmen. Da ist das eine tolle Sache. Aber zum Beispiel auch mal für die Kinder, für Kakao. Den kann man damit aufrühren mit so einem tollen Quirl. Oder halt auch andere Sachen, ne? Also was man mag, kann man hier wunderbar verwenden. Sie haben hier eine tolle Füllstandsanzeige auch an der Seite. Wo Sie immer sehen können, wie der Füllstand ist. Bis zu 450 Milliliter. Das Ganze schön in den 50 Milliliter-Schritten auch unterteilt. Und hier das Ganze auch schön wasserdicht dann abgedichtet mit einem Silikon im oberen Teil des Deckels. So, dass hier da auch dann nichts rauskommt. Also schön dann Deckel draufdrehen, zumachen das Ganze. Und dann hat man hier auch diesen praktischen Verschluss, um das dann auch mitzunehmen, um unterwegs dann auch schön was zu trinken. Das ist sehr praktisch. Gerade fürs Mitnehmen, ne? Weil unterwegs möchtest du ja dann vielleicht mal dann wieder aufrühren. Gerade wenn du es mitgenommen hast, ne? Dann bleibt das ja vielleicht mal dann stockend. Und dann will man es wieder aufrühren. Dann kann man unterwegs auch wieder aufrühren. Und das dann wieder frisch machen. Und dann kann man es direkt trinken. Und das ist super. Also passt dann auch in alle klassischen Halterungen rein. Das ist zum Beispiel im Auto kann man das mitnehmen. Beim Fahrradfahren zum Beispiel. Genial. Ja, absolut, liebe Zuschauer. Und das Ganze auslaufsicher. 450 Milliliter passen hier rein. Wie gesagt, Diana und ich werden direkt zugreifen. Wir waren nämlich gestern im Fitnessstudio und haben auch gesagt, wir wollen Proteinshakes machen abends. Aber wir haben jetzt keinen Mixer. Vor allem, es soll ja dann schnell gehen, man will alles mitnehmen und direkt nach dem Training trinken. Da ist das natürlich absolut sensationell, weil man da alles direkt mitnehmen kann und dann dementsprechend verrührt, sodass man alles direkt unterwegs trinken kann. Also wenn Sie jemanden in der Familie haben, Enkel, Kinder oder vielleicht auch Sie selbst, Sie gehen regelmäßig ins Fitnessstudio und zahlen da auch viel Geld für Proteinshakes, weil Sie nicht erst nach Hause fahren wollen, das Ganze selbst zusammenrühren, dann bestellen Sie sich diesen selbst rührenden Trinkbecher. Ja, auch ein tolles, tolles Geschenk. Sind normalerweise teuer, kosten fast 25 Euro. Für Sie nur fünf. Und ich habe jetzt unwahrscheinlich viel Zucker hier reingehauen. Das ist eine richtige Mutprobe. Kari ist Alarm vorprogrammiert. Aber ich wollte Ihnen einfach nur zeigen, wie effektiv hier dieser Quirl arbeitet. Sie sehen, wir haben hier kein einziges Zuckerkörnchen, das sich hier unten absetzt, weil das hier richtig schön verrührt wird und dementsprechend sich alles perfekt auflöst. Und das spricht einfach für gute Qualität. Die NX 7521 und die 569, die Bestellnummer. Und wenn ich jetzt, glaube ich, probiere, dann kriege ich wahrscheinlich die Zähne gar nicht mehr auseinander. So viel Zucker ist da. Ja, das ist wahrscheinlich so ein richtiger Zuckerschank. Fünf Euro, Sie dürfen bis zu fünfmal bestellen. Das war jetzt süß, ne? Ah, Cola ist sauer dagegen. Sie dürfen bis zu fünfmal bestellen für Ihre Mixgetränke. Für Kakao zum Beispiel, für die Shakes, alles, was Sie damit rühren wollen. Hier, Ihr toller Trinkbecher. Und dann selbst rühren das Ganze mit dem Quirl. Das ist eine super Sache. NX 7521 569 bis zu fünfmal bestellen. Ja, dann haben Sie vielleicht auch, wenn der eine gerade in Benutzung war, noch einen zweiten parat. Das ist auch immer ganz praktisch. Oder auch einen zweiten, wenn Sie zwei Getränke mitnehmen wollen. Ja, das ist auch toll. Deshalb da gleich mehrere bestellen. Eine clevere Sache. Und wir holen das nächste Produkt. Ja, ich hab's nicht gesagt. Hä? Was machst du denn da? Komm, ich mach das wieder. Heiler, Schatzi. So, jetzt funktioniert es wieder. Ich hab das Batteriefach einfach nur hochgedrückt, liebe Zuschauer. Hallo. Wahnsinn. Schauen Sie mal. Tolles Geschenk für Sie selbst. Aber jetzt bitte gleich schnell sein und zugreifen bis zu fünfmal. Denn Sie bekommen sechs cremeweiße Rosenduftseifen in dieser wunderschönen Geschenkbox. Für was? Zwei Euro? Zwei Euro. Wir haben einen Preisalarm. So, wir haben einen Preisalarm. Oh, Sie hören's gerade. Der Preisalarm. Der kann immer passieren. In jeder unserer Sendung. Nicht nur in der 5-Euro-Überraschungs-Show. Der kann in jeder Sendung hier bei Pearl TV passieren. Und jetzt passiert er gerade hier in der 5-Euro-Überraschungs-Show. Das bedeutet nochmal den Preis gesenkt jetzt auf zwei Euro. Das ist natürlich ein richtiger Knaller. Jetzt bekommen Sie diese Rosenblüten hier für zwei Euro. Das ist die Geschenkbox mit sechs von diesen tollen Blüten darin. Und die kann man verwenden zum Beispiel, um zu baden, aber auch zum Händewaschen oder als traumhafte Dekoration. Das ist richtige Seife, die Sie hier haben. Und die ist wunderschön. Sehr, sehr angenehm, selbstverständlich. Wenn man die dann herausnimmt, ganz zart, ganz schmeichelschön. Und die riechen. Oh, das ist ein Traum, ne? Hammer! Eintauchen, entspannen und träumen. Die cremefarbenen Rosenknospen verströmen duftende Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Badezimmer. Blütenblatt für Blütenblatt. Ins Badewasser gesetzt, lösen Sie sich leicht schäumend auf, verteilen Ihre Pflege, Duft und Farbstoffe im Wasser und laden zu einem wunderbaren Entspannungsbad ein. Zum Händewaschen befeuchten Sie einfach eines der zarten Blütenblätter und zerreiben es zwischen den Händen. Auch als Deko-Element natürlich im Badezimmer unwahrscheinlich schön. Sehr, sehr elegant. Die riechen unfassbar schön. Oder natürlich in der Geschenkbox auch zu verschenken. Sechs Rosen in einer Box. Hautfreundliche Pflege mit zartem Rosenduft. Und jede Blüte ist 3,5 cm breit und 4 cm hoch. Liebe Zuschauer, 9,90 Euro die UVP. 2 Euro für Sie, dank des Preisalarms. Bestellen Sie hier bitte gleich mehrere. Bestellen Sie bis zu fünfmal. Da sind Sie bei 10 Euro und haben unwahrscheinlich viele Rosen im Blüten zu Hause. Für tolle Bäder, die Sie jetzt gerade in der kalten Jahreszeit immer und immer wieder öfter machen werden. Zum Verschenken, super. Die NC 3180 und die 569, die Bestellnummer. Und der Jan aus Hadamar schreibt uns, Preis und Qualität einfach toll. Meine Frauen finden die Rosen sehr innovativ. Wunderschön das Ganze. Das ist ein Traum. Und die duften so toll. Die verströmen jetzt hier ihren tollen Duft im ganzen Studio bei uns, liebe Zuschauer. Oh, wenn Sie das riechen könnten. Also dekorativ, aber auch halt dann zum Baden, zum Händewaschen. Einfach himmlisch, muss man sagen. Wunderschön. Und jetzt hier für 2 Euro. Sie können auch hier bis zu fünfmal bestellen. Und das muss man hier einfach, weil diese Geschenkboxen, die sind natürlich hier so süß. Die kann man perfekt verschenken. Oh, das ist so toll. Wenn du die auch dann mit einer kleinen Schokolade oder so auch weiter verschenkst. Oh, das ist ein tolles Geschenk. Herrlich. Und schau mal im Bad, wie toll das aussieht. Wenn die dann so aufgehen und dann so ein bisschen schäumen und dann so toll duften. Ach, wie himmlisch. 2 Euro. 2 Euro. NC 31 80 569. Ganz schnell bestellen. Bis zu fünfmal dürfen Sie zugreifen. Und das jetzt für zwei Euro. Der Preisalarm ist losgegangen. Wir schauen aufs nächste Produkt. Bitteschön. So, liebe Zuschauer. Wir sind immer gespannt, was uns die Diana bringt. Oh, da werden sich jetzt aber auch sehr, sehr viele freuen, Kathi. Was haben wir hier? Eine Zeitschaltuhr. Ja, eine digitale Zeitschaltuhr, die wir hier haben mit LCD-Display. Minuten genau und die hat 140 Schaltzeiten. Mit der digitalen Zeitschaltuhr steuern Sie den Betrieb Ihrer elektrischen Verbraucher sehr genau, sogar bis auf die Minute. Ideal für Geräte, die ansonsten gar nicht ausschalten oder teuren Strom verschwenden. Da denke ich jetzt auch vor allem wieder an die kommende Winter- bzw. auch Weihnachtszeit. Da braucht man ja solche Zeitschaltuhren, um vielleicht dann auch Lichter zu steuern im Außenbereich. Thema Sicherheit. Aber dann auch Thema Weihnachtsdekoration, die man im Außenbereich vielleicht beleuchten möchte. Wenn es dann dunkel wird, soll die automatisch angehen und dann halt auch irgendwann wieder ausgehen. Das kann man perfekt mit so einer Zeitschaltuhr. Liebe Zuschauer, 5 Euro ist ein Wahnsinns-Schnäppchen. Da sehen wir das 16,90 Euro. Normalerweise hier einfach über Programmieren, den Wochentag eingeben und dann die Uhrzeit. Super komfortabel und vor allem sparen Sie hier richtig viel Strom für Geräte, die einfach nicht den ganzen Tag an sein müssen. Und vielleicht jetzt gerade zur dunkleren Jahreszeit holen Sie auch wieder so ein paar Beleuchtungsdinge raus. Lichterketten zum Beispiel, die einfach nicht die ganze Zeit laufen müssen. Dann ist das natürlich genau das Richtige. Ich finde das super. Ich bin absolut begeistert. Hier dürfen Sie auch bis zu fünfmal zugreifen. Und das sollten Sie auch machen. Denn jetzt, Katja hat es gesagt, der Weihnachtsbaum, der bald geholt wird, die Lichterketten, die aufgehangen werden. Generell ganz, ganz viele Dinge, die man zu Hause hat, die vielleicht auch mit Dekoration zu tun haben, die einfach nicht den ganzen Tag laufen müssen, sind mit so einer digitalen Zeitschaltuhr natürlich ein richtiger Gewinn, weil Sie hier richtig viel Strom sparen. Und mit den bis zu 140 Ein- und Ausschaltzeiten pro Woche können Sie auch ganz einfach festlegen, wann oder wie ein Gerät eingeschaltet werden soll. Ob es täglich oder alle 48 Stunden oder nur am Wochenende eingeschaltet werden soll oder dann auch mal am Wochentag anders angehen soll oder ausgehen soll. Und so können Sie dann auch Einbrecher oder potenzielle Einbrecher abschrecken, weil man hier halt so unglaublich viele Möglichkeiten hat. Und auch zum Beispiel in Urlaubszeiten immer ein bewohntes Haus vorgaukeln kann. Also hier ganz viele Möglichkeiten, vielfältige Programme, zum Beispiel Programmierung für montags, mittwochs und freitags oder dienstags, donnerstags und samstags. Oder nur für das Wochenende zum Beispiel, das kann man dann hier einstellen. Ist auch toll für Aquarien und so, ne? Zum Beispiel für Aquarien, aber auch zum Beispiel klassische Haushaltsgeräte. Du könntest damit jetzt auch deine Kaffeemaschine ausstatten und sagen, die soll montags bis freitags immer um die Uhrzeit, sagen wir mal 8 Uhr oder 7.30 Uhr morgens angehen. Und am Wochenende, da stehst du ein bisschen später auf, da soll die dann irgendwie um 9.30 Uhr angehen. Also selbst für solche ganz normalen Haushaltshelfer ist das eine tolle, tolle Sache. Und ich kenne viele, die halt solche Zeitschaltuhren mittlerweile verwenden, auch gerade für Lichter halt, auch für so Rollläden und Jalousien, um die zu steuern. Um da dann auch immer eine rechtzeitige Aus- bzw. Anschaltung der Jalousien zu haben, um das nicht mehr per Hand dann machen zu müssen, um immer hinlaufen zu müssen und zu sagen, hier, fahr jetzt runter, fahr jetzt hoch. Also da gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Aber gerade jetzt in Bezug wieder auf die dunkle Jahreszeit, auf die Weihnachtszeit, dann auch für Licht, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und da muss man dann nicht immer ein- und ausschalten, sondern kann sich hier jetzt schon mit bis zu fünf Zeitschaltuhren ausstatten und kann die dann toll programmieren. Und dann gehen die Lichter automatisch an und aus und dann gerade auch wieder für die Weihnachtsdekoration, die da kommt, die schaltet sich dann auch automatisch an und aus. Deshalb gleich zugreifen, die werden dann wieder richtig beliebt und wahrscheinlich auch ausverkauft sein. Gut, dass wir die jetzt schon haben, weil da kauft man richtig clever, ne? Absolut, liebe Zuschauer, 16,90 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung, fünf Euro für Sie. Die NC5519 und die 569, Ihre Bestellnummer, die NC5519 und die 569. Seien Sie bitte schnell, Sie sehen Minuten, genau, können Sie alles schalten. Bis zu 140 Schaltzeiten, eine ganze, ganze Menge. Und das für die komplette Woche verteilbar. Fünf Euro, bitte zugreifen. Ich weiß, dass dieser Artikel immer unwahrscheinlich beliebt ist, weil sowas normalerweise deutlich teurer ist. Deshalb gleich zum Hörer greifen. Sie wollen ja nicht, dass Ihnen die Zeitschaltuhr direkt vor der Nase weggeschnappt wird. Da würden Sie sich ärgern. Wir schauen uns nämlich schon das nächste Produkt an. Der Buzzer ist wieder funktionstüchtig. Diana ist da und wir schauen mal, was das ist. Noch habe ich nicht gesehen. Ja, Tassen. Das sind Tassen. Ja. Das sind aber keine herkömmlichen Tassen. Sondern? Das sind Tassen, die man anschalten kann und die dann sprechen. Ne. Doch. Lies mal auf deinem schlauen Zettel. Stimmt, liebe Zuschauer. Sprechende Kaffeetasse mit individueller Sprachaufzeichnung. Denn so zaubern Sie Ihrem Schatz ein Lächeln ins Gesicht. Mit einem persönlichen Morgengruß auf seiner Kaffeetasse. Das ist der perfekte Start in den Tag. Einfach auf das im Boden befindliche Aufnahmemodul aufsprechen. Sobald Ihr Schatz den ersten Schluck Kaffee nimmt, ertönt Ihre Nachricht. Funktioniert natürlich auch mit Tee oder Kakao. Ah, und okay, das ist ja der Hammer. Wollen wir mal was drauf sprechen? Ja. Ich probiere das mal. Warte. Willst du mal was sagen? Kannst du dich dann sagen? Weiß ich nicht. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Die Frage ist jetzt nur, muss man das gedrückt halten oder nicht? Moment. Auch ein wirksamer Schutz gegen Tastenklau. Vermeiden Sie, dass Ihr Becher im Büro verwechselt wird. Die Aufnahme ist bis zu sieben Sekunden lang und kann auf Wunsch immer wieder neu aufgefangen werden. Moment. Selbst aufgenommene Sprachnachrichten auf abnehmbarem Modul im Tastenboden bis zu sieben Sekunden. Dann können Sie natürlich auch Lieblingsmusik zum Beispiel aufnehmen. Warnung an Kollegen oder liebevolle Morgengrüße immer wieder abstellbar. Und die Tast ist aus Porzellan. Wow. Also ich probiere das jetzt mal. Ich glaube, man muss es gedrückt halten. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Perl-TV-Zuschauer. Hallo. Oh, das hat sich gut angehört. Hallo. Oh, mein Gott. Wie hast du das jetzt gemacht? Hallo. Hast du es gedrückt? Ja, pass auf, ich zeig es dir. Du musst einfach nur hier einmal, also da unten ist ein kleiner Anschalter, da müssen Sie es einmal anschalten. So, ne, Anschalter an. Und dann ist hier so ein kleines Knöpfchen. Und wenn man das Knöpfchen, muss man gedrückt halten für die Aufnahme. Pass auf, ich drücke und dann kannst du schnell was sagen. Und dann, wenn du... Okay. Guten Morgen, liebe Zuschauer! Oh, mein Gott. Guten Morgen, liebe Zuschauer! Guten Morgen, liebe Zuschauer! Oh, ne, da hätte ich aber keinen guten Morgen. Ja, wir können es ja nochmal neu ansprechen. Hallo, wir können es ja nochmal neu ansprechen. Ja, und wenn jetzt jemand die Tasse hochnimmt, dann... Hallo! Schön, aber auch beide jetzt, ne? Moment, liebe Zuschauer, Sie sehen, Sie hören jetzt mal den Unterschied. Achtung, Achtung. Wie möchten Sie geweckt werden? Hallo, liebe Zuschauer! Das ist echt eine tolle Sache. Dein Lieblingslied zum Beispiel von deinem Schatz. Das Ganze hier einmal aufnehmen. Hallo! Und dann einmal abspielen. Oder tolle Grüße. Oder zum Beispiel... Hallo! Hallo! Wir haben einen Kundenbeitrag von der Jana aus Berlin. Dieses Produkt war für meinen Schwager und er hat sich sehr gefreut, die Stimmen meiner Kinder zu hören, wenn er die Tasse anhebt. Was ist denn los? Hallo! Ich bin das grandios. Oh Gott, ich liebe solche Sachen, oder? Das ist doch fantastisch. Da kannst du ja alles drauf sprechen. Also bei uns hört es sich sehr merkwürdig an, aber ich finde das toll. Funktioniert super. Bei dir hört man wenigstens, was du sagst, wenn mir das was... Na ja, egal, liebe Zuschauer, Sie machen das wahrscheinlich besser. Guten Morgen, Schatz. Butter ist im Kühlschrank, die NC 8480 und die 56 machen ihre Bestellnummer. Das ist auch ein tolles Geschenk. Unser Kameramann hat jetzt gerade uns die Tasse weggenommen und direkt wieder abgestellt, damit er unsere kreischenden Stimmen nicht mehr hören muss. 15,90 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung. 5 Euro für Sie. Holen Sie sich da am besten gleich 4 Stück. Das ist auch toll, wenn man mal Gäste hat. So zum Beispiel, Kaffee und Kuchen. Und dann da was einspricht. Super lustig einfach. Oder? Ein richtig tolles Produkt. So, wir haben tolle Artikel in dieser 5 Euro Überraschung Show und wir dürfen gespannt sein auf das Nächste. Jetzt wird es sportlich. Oh mein Gott. Ich freue mich. Das ist ein Top-Produkt. Ich liebe das ja. Schauen Sie mal. Ein riesen Gymnastik, Fitness und Sitzball. Haben Sie sowas? Braucht man zu Hause. Ist richtig gut für den Rücken. Mach ich auch immer so Übungen. Oh Gott, jetzt hat die unseren Bass aktiviert. Achtung, Achtung. Die haben wir noch tief hier unten in die Zuschauer, wenn Sie das sehen können. Das ist ja... Okay, wir machen jetzt ein paar Übungen. Ich trainiere mit so einem rückenschonenden Gymnastik und Sitzball. Und ich kann Ihnen das nur wärmstens empfehlen, dass Sie den zu Hause haben. Das ist aber auch richtig gut. Ich mache da auch manchmal so Übungen. Also entweder kann man sich setzen, so ganz normal. Dann sitzt man auf dem Ball, ist sehr entlastend für die Wirbelsäule und für den Rücken. So, das ist schon mal toll. Aber es geht noch weiter. Moment. Ich mache nämlich im Fitnessstudio immer so eine Übung. Ja. Die folgendermaßen. Können Sie da mal ausprobieren. So, Füße auf dem Ball. Dann legt man sich hin. Achtung, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht auf die Sender komme. Dann geht der Popo hoch und dann zieht man die Beine an und wieder zurück. So trainiere ich immer im Fitnessstudio. Bist du auch mal probieren? Ne, du hast ein Kleid an, ne? Ich habe ein Kleid an. Das ist gut. Das ist eine gute Übung. Also, das ist zum einen ein Gymnastikball. Das ist aber auch ein Sitzball. Das tut richtig weh hier unten in den Beinen, Bizeps. Warum guckst du jetzt so? Ne, ne, ich mache immer Rückenübungen damit. Was machst du damit? So drüberlegen für den Rücken. Man kann auch Bauchübungen machen. Manchmal so Rücken hier im unteren Teil. Oh. Ich habe im unteren Teil immer Rücken. Und da rolle ich dann mit dem Rücken. Vielleicht kann ich Ihnen das mal kurz zeigen, liebe Zuschauer. Rutschmann-Stück, Schatzi. Ich zeige mal meine Rückenübung. Also, ich drehe mich mal so um zu Ihnen, liebe Zuschauer, damit Sie das mal sehen können. Ich ziehe auch mal eben die Schuhe aus. Sonst wird das ja hier nichts. So. Ich mache das gerne so. Und dann rolle ich da so mit dem Rücken so drüber. Und dann schön den Rücken so drüber rollen. Das ist super angenehm. Also, dann natürlich ganz nach hinten, um den Rücken zu entlasten. Aber Sie sehen, ich habe so Sender da hinten dran. Deshalb ist das jetzt ein bisschen gefährlich. Aber das ist super zur Rückenentlastung. Und auch zum Sitzen zu Hause. Also, wenn ich zu Hause sitze zum Beispiel, auch manchmal so vor dem Fernseher, dann sitze ich nicht auf dem Sofa, sondern sitze auf diesem Sitzball. Weil das ist sehr viel entspannter. Und da kann man zum Beispiel dann auch einfach so mal die Hüfte kreisen lassen. Das ist dann ganz schön. Schöne Übungen machen. Einfach so ein bisschen hopsen. Weil das entlastet das hier auch sehr schön. Das ist wirklich so. Nee, wirklich. Das hat meine Physiotherapeutin auch immer mit mir gemacht. Das ist wirklich toll. Um das hier alles zu lockern. Man kann zwei Dinge damit machen. Zum einen sitzen, die den Rücken entlasten. Sie können damit aber auch trainieren. Jetzt lach da hinten nicht. Kind, komm du erst mal in mein Alter. Jetzt lacht die Kleine da hinten. Ja, ja, Diana. Kathi ist gerade erst 22 geworden, liebe Zuschauer. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie hat. Man kann aber, wie gesagt, auch tolle Übungen damit machen. Und deshalb sollte jeder so ein Gymnastik- und Sitzball zu Hause haben. Und Sie sehen, Kathi, macht das richtig viel Spaß hier. Ja, das ist auch gut. Da bleibt man beweglich in der Hüfte. Das ist wichtig, dass man beweglich in der Hüfte bleibt. Und dazu kann man so einen tollen Hüpfball hier haben, so einen Sitzball. Und da kann man ganz toll hier in der Hüfte kreisen. Sehen Sie, Vivian wippt da schon mit im Hintergrund. Das ist eine super Sache. Oder auch als Sitzgelegenheit für die Kinder mehrere mitbestellen. Da sitzen die auch gerne drauf. Deshalb für 5 Euro zugreifen bis zu 5 Mal. Tolles Produkt. Die NC 3896 und die 569, die Bestellnummer. Ja, man kann damit auch... Oh, man kann wirklich ganz, ganz viele tolle Übungen damit machen. Mir fallen gerade Hunderte ein. Echt, man kann richtig viel trainieren. Zum einen mit so einem Ball. Aber natürlich auch seinen Rücken entlasten. Die Karte uns das gezeigt hat. Wir wollen ihn jetzt mal weg. Achtung, zack. So, da ist er weg. Die NC 3896 und die 569, die Bestellnummer. Er kommt wieder zurück, liebe Zuschauer. Er möchte nicht. Er kommt wieder zurück. Er möchte nicht weg. So, wir gucken uns das nächste Produkt einmal an, liebe Zuschauer. Moment. So, Achtung. Los geht es. Nach diesen Lübpreisen, nach unseren Übungen, jetzt das nächste Produkt. Danke, Dianne. Ich finde die super. Weißt du, wie teuer die normalerweise sind? Ja, die sind extrem teuer. Ja. 29,90 und so zahlt man dafür. Das ist natürlich was ganz praktisches. Schauen Sie mal, das ist wie so ein kleiner Baseballschläger. Aber das ist eine ganz leistungsstarke Taschenlampe, die wir hier haben. 3 Watt LED Taschenlampe im Baseballschläger-Design. Super toll gearbeitet. Ganz, ganz starkes Material, das wir hier haben. Und die sollte man immer zu Hause haben, auch im Auto. Weil damit hat man nicht nur eine starke Taschenlampe, sondern auch mal was in der Hand, um sich im Falle eines Falles zu verteidigen. Ja, liebe Zuschauer, einfach stylisch. Diese Taschenlampe überzeugt mit sehr hellem Licht und vor allem mit dem aufregenden Design. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein kleiner Baseballschläger, ist in Wirklichkeit eine helle LED Taschenlampe mit hochwertiger 3 Watt Marken-LED von Cree. Marken-LED von Cree, liebe Zuschauer, sehr hell, 3 Watt und ganz ohne störende Bedienelemente. Der Schalter ist nämlich dezent am Taschenlampenende angebracht. Sie haben hier ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse, das natürlich sehr, sehr stabil ist und das auch sehr, sehr fest ist. Zudem liegt das Ganze gut in der Hand und für jedes Outdoor-Abenteuer auch perfekt geeignet. Staubdicht und Spritzwasser geschützt nach Schutzklasse IP44. Drei Modi, aus denen Sie wählen können. Volle Leuchtkraft, halbe Leuchtkraft und Blinklicht, um auf sich aufmerksam zu machen. 100 Lumen, ach ja, 100 Lumen helles Licht. Sie sehen das gerade ganz, ganz schön. Und das jetzt nicht für 24,90 Euro, sondern für 5 Euro. Ist wieder ein super Schnäppchen. Ist super genial. Taschenlampen braucht man immer. Ist einfach so wichtig zu Hause. Es kann immer mal irgendwas passieren, wenn man draußen noch unterwegs ist. Gerade im Urlaub braucht man immer Taschenlampen. Und hier hat man ein richtig massives Alugehäuse. Man hat eine, die gut in der Hand liegt, die richtig leistungsstark ist und die man auch perfekt durch diese kleine Größe mal ins Handschuhfach vom Auto packen kann zum Beispiel. Hat man dann immer mit dabei, wenn mal irgendwas sein sollte, kann man mal überall leuchten. Man kann im Notfall dann auch im Auto auf sich aufmerksam machen zum Beispiel. Man kann sagen, Achtung, hier ist was passiert. Wenn man auch als Ersthelfer zum Beispiel an einen Unfallort kommt, das ist ja auch wichtig, dass man da eine Leuchte hat. Und hier auch mal, wenn wirklich irgendwas sein sollte, wenn man auch mal mit dem Hund zum Beispiel abends unterwegs ist, hat man hier auch wie so einen kleinen Baseballschläger halt in der Hand. Das ist heutzutage ja auch gar nicht unwichtig. Also hier Taschenlampe in diesem Baseballschläger-Design. So was normalerweise hier, wir sehen unverbindliche Preisempfehlungen vom Hersteller, 25 Euro. Sie bekommen die jetzt hier für 5 Euro, liebe Zuschauer. Deshalb da zugreifen. Das ist eine tolle Taschenlampe, so wie sie sein muss. Das sagt Kati, liebe Zuschauer. Und Kati hat natürlich absolut recht. 22 Zentimeter lang, die NX6637 und die 569, ihre Bestellnummer 5 Euro. Hier dürfen Sie auch bis zu 5 mal zugreifen. Schön ist natürlich auch, dass durch dieses Baseballschläger-Design die Taschenlampe sehr, sehr schlank ist und nicht viel Platz wegnimmt. Sie sehen das, sehr stabil. Wir hatten das eben staubdicht und Spritzwasser geschützt nach IP44 und liegt auch gut in der Hand. Stabil. Randale? Stabil. Ganz stabil. Damit kannst du auch mal zuschlagen. Das ist wichtig, weil wir hier dieses tolle Aluminiumgehäuse haben. Wenn mal was sein sollte, kannst du damit auch zuschlagen. Und dann ganz, ganz robust. Du hast gerade gesagt, Staub, Wasser geschützt und so weiter. Also hier eine tolle Sache. Ja, liebe Zuschauer, damit Sie mal zuschlagen können. Sie sollten zuschlagen bei diesem Preis. Die NX6637 und die 569. Die Bestellnummer 5 Euro für Ihre 3 Watt LED Creed Taschenlampe im Baseballschläger-Design. Aus dem Hause Lunatec mit diesem wunderbaren, massiven, sehr stabilen und hochwertigen Aluminiumgehäuse. Die Emily aus Gaukönigshofen schreibt uns auch, sehr schönes Design. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und jetzt heißt es für Sie schnell sein. Sichern Sie sich den Preis-Alarm. Unsere wunderschönen Duftrosen für 2 Euro. Da bitte gleich mehrfach in die Leitung. Dann hier die wunderbare Taschenlampe, der Gymnastikball. Bitte, bitte zugreifen. Und der tollen Trinkbecher, den wir zu Beginn der Sendung hatten. Jetzt sind Sie an der Reihe. Rufen Sie an, bestellen Sie Ihre Lieblingsartikel. Rufen Sie an, bestellen Sie an.